Jasey, britischer Staatsangehöriger, geboren 10.06.08 in Southampton. Betrug, elf Monate Gefängnis, rückfällig. Urkundenverlschung, vier Jahre, zwei Monate Zuchthaus. Heiratsschwindel, Freispruch, Mangelsbeweis. Ich glaube, das sind nicht die einzigen krummen Dinger, die der gedreht hat. Was ist mit ihm? Das möchte ich auch gerne wissen, Inspektor. Ja, verkehrt auf Schloss Cornerflat. Seltsamerweise. Die Post, Milady. Ihre Unterschriften, bitte. Gerne. Oh, einen Brief möchte ich Ihnen noch diktieren. Ja, gern. Also schreiben Sie. An die Direktion des Frauengefängnisses Talsbury. Sehr geehrter, lieber Direktor Duffen, die UWFON, Ihre Liste der Strafgefangenen habe ich vom Komitee des Vereins zur Betreuung vor Bestrafte erhalten. Punkt. Wir haben für die Einordnung dieser Frauen in geeignete Arbeitsverhältnisse Sorge getragen. Für die erste Zeit stellt die Organisation Humanitas Geld und Kleidung zur Verfügung. Die Namen der vier Frauen, die entlassen werden, sind Audrey Miller, N. Harley, H-U-A-L-E-Y, Elizabeth Wright und Mary Pinder. Wir bitten Sie, den Entlassungstermin möglichst... Was haben Sie? Verzeihung, Milady. Der letzte Name. Mary Pinder? Fehlt Ihnen etwas? Sie können mir ruhig alles sagen. Nein, danke. Also, schreiben Sie weiter. Im Fall Mary Pinder, über deren gute Führung Sie mir berichtet haben, möchte ich etwas Besonderes tun. Ich bin bereit, Sie, Klammer, ähnlich wie im Fall Adams als Butler, Klammer zu, als Hausdame in meine Dienste zu übernehmen. Punkt. Na nun, Söwin, was hast du vor? Wo willst du hin? Ins Theater, Mutter. Hamlet. Ohne meine Erlaubnis? Das wundert mich. Mein Reisegut ist eingeschifft, leb wohl. Und, Schwester, wenn die Winde günstig sind und Schiffgeleit sich findet, schlaf nicht, lass von mir hören. Na, also hör schon endlich auf, Söwin. Du weißt doch, was Dr. Tappet gesagt hat. Du musst mit deiner Gesundheit vorsichtig sein. Er hat angeordnet, dass du... Ich lasse mir von diesem verrückten, betrunkenen Doktor nichts vorschreiben. Glaub nur nicht, dass ich mich vor diesem grässlichen Kerl fürchte. Du bist doch mein lieber, gehorsamer Sohn, nicht wahr, Söwin? Geh in dein Zimmer und beschäftige dich mit deinen Experimenten. Es tut mir leid, Miss Riedl, dass Sie Zeug in dieser Szene geworden sind. Aber sobald die Rede aufs Theater kommt, ist ja nicht mehr normal. Das darfst du nicht sagen, Mutter. Schon Großvater hat immer... Guten Abend, Milady. Ich kann dir nicht alle Wünsche erfüllen, Söwin. Ich befolge streng die Anordnungen, Dr. Tappets, die für deine Gesundheit notwendig sind. Sir! Ach, lass ihn, er wird schon wieder zu sich kommen. Du siehst heute wieder aus, bezaubernd. Streng dich nicht an, aber nichtsdestotrotz, Dankeschön. Adams, ich verlasse mich auf Sie, dass Sie darauf achten, dass mein Sohn das Haus nicht verlässt. Sehr wohl, Milady. Lissi! Gut, dass du gleich gekommen bist. Komm, wir gehen zu Mira. Ja, ja? Ich hab dir so viel zu erzählen. Alles hat sich zum Guten gewendet. Seit ich hier bin, bin ich ein anderer Mensch. Die Gräfin muss wirklich sehr nett sein, sonst hätte sie dir nicht gestattet, mich so bald einzuladen. Je spätere Abend, je schöner die Gäste. Darf ich bekannt machen? Das ist Lord Moran, meine Freundin Lissi Smith. Seien Sie herzlich willkommen auf Cornerflat. Wenn ich die Damen vielleicht durch unsere Ahnengalerie führen darf. Nein, danke. Sie müssen entschuldigen, ich weiß nicht so recht, muss ich jetzt eure Lordschaft zu Ihnen sagen oder eure Hoheit? Reizend. Reizend. Sagen Sie Sally. Sie? Ja, so haben mich meine Freunde genannt. Mein Großvater allerdings sagte immer... Bitte benühen Sie sich nicht. Aber es ist mir ein Vergnügen, wirklich. Wollen wir ja. Der Stammbaum der Morans reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Dieses hier ist die russische Prinzessin Daschkopf, die mein Großvater heiratete. Mein Großvater sagte damals. Aber das eignet sich wohl nicht für die Ohren so junger Damen. Ja, lassen wir das. Dies ist der Earl of Moran, mein Vater. Er ist in Indien gefallen. Ach, na der ist aber hübsch. Ja, ja. Finden Sie? Ja. Das ist William, mein verstorbener Onkel. Wenn ich den Damen vielleicht noch unsere hochinteressante Waffensammlung erklären darf... Oh nein, danke. Lissi und ich, wir haben uns sehr viel zu erzählen. Ja, ja, ich verstehe natürlich. Dann habe ich vielleicht ein anderes Mal das Vergnügen. Ja, ja. Ich wünsche den Damen einen unterhaltsamen Abend. Danke schön. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Wenn wir uns wiedersehen, werden wir lächeln, wo nicht war dieser Abschied wohlgetan. Cäsar, dritter Akt. Hier wären wir. Mhm. Hübsch. Wunderwetter, Margaret, du hast das große losgezogen. Was war das? Nur die Tür. Komm. Setz dich, Lissi. Also schieß los. Ja. Stell dir vor. Ein solcher Zufall. Die Gräfin wird meine Mutter als Hausdame aufnehmen. Ach. Also ich kann es noch gar nicht fassen. Meine Mutter wird hier in diesem Hause mit mir zusammen leben. Kannst du dir vorstellen, wie mir zumute ist? Naja, aber weiß denn die Gräfin, dass deine Mutter... Ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass es meine Mutter ist. Außerdem glaube ich nicht, dass sie das getan haben soll. Wenn du sie sehen wirst... Sag mal. Hat dieser Kerl wieder angerufen? Denk mal an, seitdem du weg bist, nie wieder. Ich habe mich auch schon gewundert. Ach, ich bin froh, dass das jetzt alles hinter mir liegt. Das kannst du auch. Du hast es doch herrlich. Ich habe immer gedacht, solche Stellungen als Gesellschaftsdame und Sekretärin bei einer Gräfin auf einem Schloss. Es gäbe es nur in Romanen. Ach, meine Herren! Gäse! 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 Das war aber wirklich in letzter Sekunde. Was ist los? Miss Rejo wäre beinahe mit dem Balkon abgestürzt. Was? Ich kann es gar nicht sehen. Ich hatte auf ihr ja beinahe ein Unglück passiert. Sie hinkt mit beiden Händen an dem Balken und der Butler hat sie raufgezogen. Das ist ja entsetzlich. Mein armes Kind, ich bin ganz außer mir. Wie konnte denn das geschehen? Der Balkon ist baufällig, Milady. Natürlich ist er baufällig. Deshalb habe ich ja die Türe abschließen und den Schlüssel entfernen lassen. Wer hat den Schlüssel in die Tür gesteckt? Ich wünsche Auskunft darüber. Wer sind Sie? Das ist Miss Smith, eine Freundin von Miss Riedel. Sie ist zu Besuch hier. Wo warst du, als das Unglück geschah? In meinem Zimmer, Mutter. Ich hörte Gepolter und lief gleich rauf. Also, irgendjemand muss doch den Schlüssel ins Schloss gesteckt haben. Wer? Niemand. Antwort. Adams? Mr. Adams kam zur rechten Zeit, Milady. Was hatten Sie zu dieser Zeit in der obersten Etage zu tun? Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Ja, das stimmt. Wenn er nicht gewesen wäre, Miss Riedel, wären Sie wahrscheinlich überhaupt nicht in Gefahr gekommen. Adams, haben Sie den Schlüssel in die Balkontüre gesteckt? Nein, Milady. Dahinter steckt mehr, als ich zu vermuten wage. Miss Riedel, Sie bleiben heute nicht in diesem Zimmer. Servin? Mutter. Du wirst die Freundlichkeit haben, dein Zimmer, Miss Riedel, zur Verfügung zu stellen. Ich? Ja, natürlich. Wenn Sie beruhigt, Miss Riedel. Ich habe nichts dagegen, dass Ihre Freundin heute Nacht bei Ihnen bleibt. Ich? Ja, ich weiß nicht, aber wenn Margarit es wünscht. Jens. Also, ich möchte sagen. Was? Nichts weiter. Miss Riedel, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Wie schrecklich das alles für mich ist. Ich habe niemanden hier im Hause, dem ich trauen kann. Sie müssen bei mir bleiben. Hören Sie? Ich habe Angst. Angst? Angst.